Hallo, du ist die Nadine Beiler vom Verein der Miralene, den Friedensrebellen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Virus geht um, Part 2 von 3. Los geht's. Ja, auf dem Kopf stand unsere Weltigkeiten, ließ uns von Oberflächlichkeiten leiden, nur Sehen vor den inneren Welten, erscheint vor der Wahrheit. Wir sollen so aus Fehlern lernen, Geld steht vor Menschen, Leben und des Tieres Seelen. Ich frag mich immer wieder, was der Mensch nur musste durchleben, dass es tolerieren kann. Themen wie Massentierhaltung, auch wir werden gehalten, keiner kann sich mehr entfalten. Wir beuten die Erde aus, verbrennen ihre Lungen, wundern uns erst jetzt, dass das auch bei uns hinterlässt. Seine Wunden, ein System aufgebaut auf Ausbeutung, getrieben von Gier und Ignoranz, wurden in die Abhängigkeit erzogen. Feinde des Bilders, sie eifrig pflanzen, jeder gegen jeden. Ein System in Konkurrenz lässt die Wirtschaft aufleben. Und auch Kriege lassen sich durch unsere Erziehung besser vertreten. Unternehmen, die von der Waffenindustrie leben, haben nun mal nur ein Bestreben, und zwar ihre Wahn zu vergeben. Noch leichter fällt's mit den gekauften Medien, sie wissen, Wissen ist Macht. Und Unwissenheit erschafft den Trinken, stimmt sogar noch für den Krieg im Glauben. Wir retten somit Menschenleben. Wir können nicht mehr klar denken, lassen uns gut lenken, und feiern sogar die Urheber der Krisen als unsere Helden. Auch der Lehre der Natur wurden wir beraubt. Die Schule lehrt uns alles, nur nicht wie man sein eigenes Essen anbaut. Nähern uns mit vorgekautem Wissen, wie wir uns am besten verkaufen. Bis wir uns selbst vermissen, werden zerstört, statt aufgebaut. So viele Konzerne würden einen brechen, wenn wir die Natur wieder würden beherrschen. Das wird im Körper, Ernährung, Kräuter, statt sinnlose Sachen auswendig zu lernen. Und die Pharmaindustrie stellt sich noch immer über die Heilkraft der Natur, schmückt sich mit ihren Formeln, doch bricht nicht den Schweigeschwur. Ja, Geld regiert die Welt, und die strampeln weiter im Hamsterrad. Betäuben uns mit Alk und Drogen zu stehen, den gelegten Pfad. Weiter wuchert und beherrscht die Welt. Ein Virus, das uns immer weiter scheint zu trennen. Es ist die Angst, die Panik, die uns entschürt. Wir waren blind gelähmt, von Instinkten geführt. Wir bewegen uns im Kreis, statt unser Veto einzulehnen. Uns ging es immer zu gut, um das Weltmeer zu verstehen. 2020, die Welt scheint still zu stehen. Die Corona-Krise, unsere Chance für neue Spielregeln.